Wer sich in Gefahr begibt Die Maschine stieß einen langgezogenen Seufzer aus, wie eine ältere Lady, die ihr Korsett löste, und hüllte alles und jeden in eine Wolke aus schwefligem Rauch und Dampf. Er wirbelte den Bahnsteig entlang und in die Höhe, wo er sich unter dem Dach des Bahnhofs fing. Der Geruch erinnerte mich an Mary Newlings Küche, wo ich als kleines Mädchen die Aufgabe gehabt hatte, hart gekochte Eier zu scheren. In unerwarteten Abständen teilte sich der Rauch, und eine Gestalt erschien kurz darin, nur um gleich wieder zu verschwinden und von einer anderen ersetzt zu werden, wie in einer flimmernden Laterna Magica-Vorstellung. Hier eine Frau mit einer großen Tasche in der einen und einem Jungen in einem Matrosenanzug an der anderen Hand. Als sie verschwanden, tauchte an einer anderen Stelle ein Mann in Jacke und Hose aus grellem Karomuster mit einem verwegen auf dem Kopf sitzenden Hut auf. Ich muss so unerwartet für ihn in Sicht gekommen sein, wie er für mich. Er bedachte mich mit einem scharfen Raubtierblick, und ich fand gerade genügend Zeit zu sehen, wie er einen abfälligen Blick aufsetzte, bevor der Rauchvorhang sich wieder über ihm schloss. Nun aber, Lissi Martin, schalte ich mich forsch, du bist weder hübsch genug noch gut genug gekleidet, als dass du dich sorgen müsstest, belästigt zu werden. Trotzdem verletzte es meine Eitelkeit, so schnell abgetan zu werden. Der Rauch wurde rasch dünner, und die nächste Gestalt, die vor mir erschien, trug zu meiner großen Erleichterung die Uniform eines Kofferträgers. Darf ich Ihren Koffer nehmen, Miss? Ach, ich habe nur diesen einen, und eine Hutschachtel. Werden Sie abgeholt, Miss? Oder brauchen Sie eine Droschke? Der Kofferträger schaute erwartungsvoll zu mir hinauf. Oh ja, eine Droschke, aber... Dann folgen Sie mir bitte, Miss. Ich bringe Sie zum Stand. Mrs. Perry hatte mir ausführlich geschrieben und bedauert, dass es nicht möglich sei, mich von irgendjemanden abholen zu lassen und mir gleichzeitig ausführliche Anweisungen gegeben, wie ich mich bei meiner Ankunft in der Hauptstadt verhalten sollte. Ich sollte meiner Habseligkeiten nur einem Kofferträger anvertrauen, der, die nächsten Worte waren dick unterstrichen, ein Angestellter der Eisenbahngesellschaft war und niemand anderem. Wenn ich jemand anderem meine Koffer gebe, sollte ich nicht überrascht sein, falls ich sie niemals wieder sehe. Wenigstens diese Anweisung hatte ich befolgt. Ich war auf dem besten Weg, auch der zweiten Folge zu leisten. Eine Droschke zu nehmen, und zwar eine, die von einem Pferd in gutem Zustand gezogen wurde, und mich zuerst beim Kutscher nach dem Fahrpreis zu erkundigen. Ich sollte mich von ihm auf dem kürzesten Weg zu Mrs. Perrys Adresse fahren lassen. Droschkenfahrer seien zu Zeiten höchst impertinent, hatte sie geschrieben, wenn sie mit alleinreisenden Damen zu tun hätten, und ich durfte sie unter keinen Umständen zu diesem Verhalten ermutigen. Ein neuer Geruch gesellte sich zu dem des Qualms, der Asche und der ungewaschenen Menschen, der Geruch nach Pferden. Wir hatten einen Stand mit vierrädrigen Gespannen von der Sorte erreicht, die Growler genannt werden, wegen des Lärms, den ihre Räder machten. Aufgepasst, Wolli, hier ist eine Lady, die eine Kutsche benötigt. Der Droschkenkutscher war stämmig und kräftig, und seine Gesichtszüge waren so zerschlagen, dass es den Eindruck erweckte, er sei irgendwann einmal im Leben mit einem massiven Gegenstand kollidiert. Allein auf mich gestellt, hätte ich sicherlich gezögert, mich diesem Fahrer zu nähern, geschweige denn, ihn anzusprechen. Er bemerkte meinen verblüfften Gesichtsausdruck und sagte, »Angst wegen meiner verbeulten Visage, Miss?« Mit einem dicken, kurzen Finger deutete er auf seine schiefe Nase. »Das kommt von meiner glänzenden Karriere im Boxring, ja, ja. Glänzend, aber kurz, wenn ich das sagen darf. Es war eine Frau, die mich dazu bewogen hat, damit aufzuhören. »Wolli Slater«, hat sie geschimpft, »entweder der Boxring oder ich. Und weil ich damals jung und dumm war, habe ich sie genommen, und heute ist sie meine liebende Ehefrau, und ich fahre diese Droschke, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen.« Er kicherte und schlug sich auf die Schenkel. »Das interessiert die Lady nicht«, tadelte mein Kofferträger den Fahrer. Er wandte sich an mich. »Wohin möchten Sie, Miss?« Ich nannte die Adresse. »Door set square« und fügte hinzu, »das ist in Marylebone.« »Und eine sehr hübsche Gegend außerdem«, bemerkte der Droschkenfahrer und nahm meinem Kofferträger das Gepäck ab. »Wie viel macht das?«, beeilte ich mich, Mrs. Perrys Instruktionen zu gehorchen. Der Mann blinzelte mich an, was ihn noch furchteinflößender aussehen ließ, und nannte seinen Fahrpreis. Ich bemerkte den Blick des Trägers, und er nickte mir ermutigend zu, was ich in dem Sinne auffasste, dass der Preis angemessen sei. Oder vielleicht steckte er auch nur mit dem Droschkenfahrer unter einer Decke. Sie waren offensichtlich alte Bekannte. Die nächsten Worte des Fahrers schürten mein Misstrauen nur umso mehr. »Es könnten noch Sixpence zusätzlich werden, Miss, für den Fall, dass wir außen herum fahren müssen, wegen all der Baukarren.« »Ich möchte, dass Sie den kürzesten Weg fahren«, sagte ich in strengem Ton. »Hören Sie, Miss, Sie haben das wohl falsch verstanden. Sie machen Platz für den neuen Bahnhof, sehen Sie? Sie reißen Häuser ein und fahren den ganzen Abraum weg. Die Straßen ringsum sind völlig verstopft, und wir Droschkenfahrer müssen es ausbaden und haben ohne Ende Schere rein.« »Das ist richtig, Miss. Die Midland Railway baut ihren eigenen Bahnhof, verstehen Sie? Anstatt mit anderen zu teilen. St. Pancras soll er heißen, wenn er fertig ist. Die Eisenbahngesellschaft hat sämtliche Häuser gekauft und die Leute vertrieben, die dort gewohnt haben. Und jetzt wird alles abgerissen und hübsch platt gemacht. Stellen Sie sich vor, selbst die Kirche muss weichen. »Also schön«, räumte ich ein und bemühte mich, geschäftsmäßig zu klingen. Ich drückte dem Träger eine Münze in die Hand. Er bedachte mich mit einem weiteren Gruß und eilte davon. »Ich muss zugeben, dass ich neugierig war auf die große Stadt und so spähte ich nach draußen, während wir durch die Straßen rumpelten. Der Lärm auf den Straßen war ohrenbetäubend. Und rings um uns herum war eine erschreckende Zahl anderer Fuhrwerke in diese oder jene Richtung unterwegs und die Fahrer brüllten einander unablässig an, den Weg freizugeben und gefälligst aufzupassen. Als wäre dies nicht genug, riskierten Fußgänger Leib und Leben, während sie zwischen unbarmherzigen Rädern hindurchrannten, die sie mit Schmutz und Schlimmerem bespritzten. Unter die Fußgänger mischten sich Menschen, die aus Bauchläden alles mögliche Zeugsfeil boten, von Zeitungsblättchen für wenige Pennys bis hin zu Bändern und Streichhölzern, während andere Straßenhändler Obst und Gemüse in Ständen oder aus Handkarren verkauften. Wir passierten die Stelle, wo allem Anschein nach der neue Bahnhof errichtet werden sollte. Ich konnte erst wenig davon erkennen, bis auf die zahllosen Karren mit Schutt, die sich in den übrigen Verkehr mischten. Geborstene Dielen, Tür- und Fensterrahmen ragten aus dem Schutt wie knochige Finger, als wollten sie sich jeden Moment aus ihren Schuttgräbern ins Freie wühlen. Unvermittelt blieben wir holpernd stehen, und ich fragte mich bereits, ob wir angekommen waren. Auf der mir gegenüberliegenden Seite der Droschke flog eine kleine Klappe an der Decke auf und Wally Slater spähte zu mir hinunter. Nur ein Karren, Miss. Ein Bobby steht auf der Kreuzung und hat uns angehalten, damit der Karren passieren kann. Ein Bobby? Ein Bulle, Miss. Ein Officer des Gesetzes, das es auf sich genommen hat, die Sache in die Hand zu nehmen. Sie sind sehr gut darin, diese Bobbys. Irgendwelche Sachen in die Hände zu nehmen und sich in die tagtäglichen Angelegenheiten ehrlicher Bürger einzumischen, Miss. Ich steckte meinen Kopf aus dem Fenster. Es war ein Karren, ganz ähnlich denen, die den Schutt transportierten, doch auf diesem stand nur ein einzelnes mysteriöses Objekt, verhüllt von einer Abdeckplane. Im Gegensatz zu den Pfiffen und Buhrufen, welche die anderen Karren begrüßten, senkte sich ein neugieriges, beunruhigtes Schweigen über die Menge, als das Fuhrwerk in Sicht kam. In der Nähe nahm ein älterer Mann die Mütze ab. Die Droschke schaukelte unvermittelt und ich sah, dass mein Fahrer von seinem Kutschbock gestiegen war und sich zu einem stämmigen Mann in Arbeiterkleidung begab, den er zu kennen schien. Die beiden unterhielten sich gedämpft miteinander. Ist das ein Unfall? rief ich nach draußen. Beide drehten sich zu mir um. Der Arbeiter öffnete den Mund zu einer Antwort, doch mein Fahrer kam ihm rasch zuvor. Es ist nichts, weswegen Sie sich sorgen müssten, Miss. Aber das ist ein Leichnam auf diesem Karren. Oder etwa nicht? Hat es vielleicht irgendwo einen tödlichen Unfall auf dieser Baustelle für den neuen Bahnhof gegeben? Walter Slater betrachtete mich auf eine Weise, die schockiert und missbilligend zugleich war. Ich bin die Tochter eines Arztes und mein Vater wurde häufig zu schweren Unfällen gerufen, in denen... An dieser Stelle brach ich ab. Ich wollte in den Minen sagen. Doch das hier war London und nicht Derbyshire. Und was wussten diese Menschen schon von Kohleminen? Hermes, Sie haben die Leiche einer Frau gefunden. Grausig ermordet. Sie war in einem der Abrisshäuser. Sie haben ihren Leichnam unter einem alten Bett entdeckt. Sie hat seit Wochen dort gelegen, schätzen Sie. Sie war so grün wie ein Salat. Und die Ratten haben schon an ihr... Ich spürte, wie ich ableichte. Der Constable, der den Verkehr aufgehalten hatte, wandte sich uns zu. Los, weiter, rief er ungeduldig. Mr. Slater kletterte auf seinen Kutschbock zurück, stieß einen Pfiff aus und das Pferd trottete los. Wir fuhren unseres Weges. Ich lehnte mich zurück, nachdem ich die Hutschachtel, die bei der unvermittelten Bremsung heruntergefallen war, wieder neben mir auf den Sitz gestellt hatte und versuchte angestrengt, die grausige Beschreibung aus meinen Gedanken zu verdrängen. Doch kaum waren meine Bemühungen von Erfolg gekrönt, da erschien das Bild einer anderen Leiche vor meinem geistigen Auge, die vor vielen, vielen Jahren ebenfalls in einem Karren weggefahren worden war. Ich verdrängte diese Erinnerungen, auch wenn ich nicht anders konnte, als zu sinnieren, welch einen Empfang London mir bei meinem ersten Besuch bereitete. Ich musste an diese Vorhangfetzen denken, die auf den Ziegeln und dem zerbrochenen Mauerwerk der Ruinen flatterten. Wohin sind all diese Menschen gezogen, fragte ich mich. Die Leute, die in den abgerissenen Häusern gewohnt haben. Hatte man sie vor ihrem Rauswurf weit genug vorgewarnt? Wahrscheinlich nicht. Sie waren im Namen des unaufhaltsamen Fortschritts des Eisenbahnzeitalters vor die Tür gesetzt worden. Das Pferd war unterdessen in einen forschen Trab gefallen. Der Verkehr hatte deutlich abgenommen und wir befanden uns in einem weit hübscheren Teil der Stadt. Wir passierten Wohnstraßen mit eleganten Gebäuden und bogen zu guter Letzt auf einen rechteckigen Platz, der von herrschaftlichen Stadthäusern inmitten großer Rasenflächen gesäumt war. Es war, als wären wir aus dem hektischen Betrieb der einen Welt in eine andere übergetreten, wo das Leben in einer sehr viel besser zu kontrollierenden Weise verlief. Vor einem dieser Herrenhäuser hielten wir an. Mr. Slater machte Anstalten, zu meiner Tür zu kommen und mir beim Aussteigen behilflich zu sein. Dies ist die Adresse, nicht wahr? erkundigte er sich, als könnte ich ihm falsche Anweisungen gegeben haben. Sehr schick. Wenn ich je an ein Vermögen gelangen sollte, werde ich mir auch ein Haus wie dieses leisten, aber, wie heißt es doch so schön, die Wahrscheinlichkeit ist nicht sonderlich hoch. Und was ist der Grund für Ihren Besuch in diesem Haus, Miss? Ich arbeite als Gesellschaftsdame für die Herren des Hauses Mr. Slater. Er saugte die Luft zwischen den gelben Zähnen hindurch und das Pferd stampfte ungeduldig mit den Hufen auf dem Pflaster. Ich hoffe, dass es Ihnen dort gefällt, sagte Mr. Slater ernst. Danke sehr, Mr. Slater. Wenn Sie jetzt noch so gütig sein würden, mir meine Tasche und meine Hutschachtel zu bringen. Sehr hübsch gesagt. Sie sind eine junge Dame, die sich die Mühe macht, höflich zu einem Kutscher zu sein. Das verrät ein angenehmes Wesen. Wissen Sie was? So eine Person wie Sie ist selten. Sowas wie Sie ist wirklich ganz selten. Er nahm meine Tasche und stapfte zur Vordertür, um laut den Klopfer zu betätigen. Als sich von drinnen Schritte auf dem gefließten Boden des Flurs näherten, fügte der Kutscher in heiserem Flüstern hinzu. Mehr will scheinen. Sie sind ganz allein in London, Miss. Weil Sie jemals Hilfe benötigen, gehen Sie zum Droschkenstand am King's Cross und geben Sie dort eine Nachricht für Wolli Slater ab. Wer auch immer Sie erhält, ergibt Sie bei nächster Gelegenheit an mich weiter. Ich war so überrascht angesichts dieses Angebots, dass ich um eine Antwort verlegen war. Ich fand jedoch nicht die Zeit, mir zu überlegen, womit ich mir dieses großzügige Angebot verdient hatte, denn in diesem Moment öffnete sich auch schon die Tür. Der Hüter der Tür war ein Butler von beängstigendem Gleichmut. Er empfing die Nachricht, wer ich sei, ohne jeden Kommentar und warf kaum einen Blick auf meine einfache Reisekleidung und die robusten Schnürstiefel, bevor er mich in die Halle führte, wo ich einen Moment warten sollte, während er den Droschkenfahrer entlohnte. Obwohl ich erst kurze Zeit in London weilte, hatte ich das Gefühl, einen Freund gefunden zu haben und wieder von ihm getrennt worden zu sein. Soweit ich das beurteilen konnte, schien das Haus kostspielig und gemäß der neuesten Mode möbliert zu sein. Mein Wissen über derartige Dinge war beschränkt. Es gab eine Menge türkischer Teppiche, von denen ich wusste, dass sie eine Stange Pennys kosteten. Die Wände waren behängt mit einer Reihe von fehl am Platz wirkenden Gemälden von Heiligen... Er ist breathiered. Wenn Sie in der Richtung sehen, die Bank Derído wäre, die Bank Sentiers Vielen Dank.